Hallo und herzlich willkommen hier auf YouTube bei meinem Kanal Sven Kaliske. Ich habe jetzt wieder für euch ein neues Experiment vorbereitet. Chili-Soße, sehr scharf, classic, aus der Flasche saufen. Und hier, hier ist der Beweis. Mmh, sehr gut. Und an diesenjenigen, die das nachmachen wollen, würde ich raten, nicht so viel zu essen, weil das ist wirklich sehr scharf. Viel Spaß beim Nachmachen und noch viel Spaß auf YouTube und beim Nachmachen.